Es ist immer so, dass wenn man irgendwo hingeht, dass man seine eigene Kultur mitgibt. Wenn Sie in den USA gehen, dann sehen Sie heute, da wo viele Deutsche eingewandert sind, haben wir heute noch einen höheren Bierkonsum. Es wird dort mehr Sauerkraut gegessen. Es sind dort auch sonst andere Mentalitäten als dort, wo jetzt eben mehr Italiener eingewandert sind. Das ist ganz natürlich. Natürlich ist es auch nicht vorwerfbar, dass letztlich Migranten an ihrer eigenen Kultur hängen. Nur wir müssen entscheiden, was ist zu unserer Kultur kompatibel. Und wenn Sie sich die Bilder anschauen, überhaupt gar nicht geht es natürlich, dass Menschen, die zu uns kommen und bei uns leben, teilweise auch schon in der zweiten und dritten Generation, sich gegen die Grundwerte unserer Gesellschaft feindlich stellen. Ja, bitte. Ja, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020